Adventsdinner in Pupnot bei den Schwiegereltern Nathalies Freund Max stammt aus reichem Hause, doch hierauf gibt er rein gar nichts. Er liebt es zu provozieren und präsentiert seinen Eltern, ausgerechnet bei dem vornehmen Adventsessen, seine feste Freundin. Dass Nathalie noch in ihrer verschlissenen Arbeitskleidung steckt, ist gewollt, ihre schreckliche Pup-Desperation hingegen nicht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de